Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde, willkommen in diesem tollen Stadion. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuss und Frank Buschmann. Uns erwartet mit Sicherheit eine sehr interessante Partie. Besiktas Istanbul gegen FC Basel. Interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf und ich bin sicher, Sie zu Hause auch. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Könnte was werden, guter Pass. Da kommt der Vorstoß, aber die Fahne ist oben abseits. Ja, ja, war zu sehen, das ist abseits, aber eigentlich gefällt mir das ganz gut. Sie suchen die Chance, suchen die Lücke. Hier hat es eben nicht hundertprozentig funktioniert und deshalb auch zu Recht der Pfiff. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Gessal, klasse gehalten. Richtig stark gemacht, verhindert hier den sicheren Treffer. Da kommt die Ecke. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Ah, das frühe Stören, das zahlt sich aus. Da haben sie den Ball. Fabian Frey. Super dieses Zuspiel. Ah, er kann klären. Chance zur Führung. Er ist zur Stelle. Das könnte die Chance werden. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Ein klasse Tor. Er verwandelt diesen Freistoß direkt. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Könnte der Ausgleich werden. Gehalten. Ball wird abgefangen. Gut den Ball verteidigt. In Sachen Ballbesitz sind die Gastgeber hinten. Aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel. Nutzen die Chancen, die sich ihnen bieten. Das ist eine engagierte und clevere Leistung bisher. Jetzt heißt es erstmal aufpassen bei diesem Angriff. Klasse Tickling. Da sind Mitspieler frei. Schöner Pass. Hätte was werden können, aber da kommt der Lauf einen Moment zu früh. Und die Konsequenz heißt abseits. Durchaus eine riskante Spielweise dieses Lauern. Sie wollen diesen einen Schritt schneller sein. Das geht oft schief, so wie hier. Aber wenn es klappt, dann ist die Chance da. Jetzt schießt er. Und Tor. Alles wieder offen. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Viel Übersicht bei diesem Pass. Wald Weghorst. Das kann die Führung werden. Das Tor. Volley genommen. Ganz starke Szene. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Zwei Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Und das ist der Pausenpfiff in diesem Spiel. Durchgang 2 läuft. Drehball holt er. Gut verteidigt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ist es das jetzt? Stark. Das war es mit der Chance. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Sie unterstützen gut. Ganz stark. Dele. Wald Weghorst. Wald Weghorst. Er trifft. Er erhöht die Führung auf 2 Tore. 3-1 heißt es also jetzt. Jetzt müssen sie aufpassen. Fabian frei. Starkes Tackling hier. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Beim Ballbesitz sehen wir Vorteile auf Seiten der Gäste. Aber wo bleibt die echte Torgefahr? Wo bleiben die Chancen? Trotz der Überlegenheit haut es nicht hin. Da müssen sie besser werden, wenn es keine Niederlage geben soll. Abseits angezeigt hier. Jetzt wechseln sie hier aus. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Die Mitspieler kommen ihnen zu Hilfe. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Die Chance jetzt vielleicht zum Kontern. Aber jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Fabian frei. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Jetzt sind sie am Ball. Regulär sind es noch sieben Minuten. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Vielleicht die Konterschancen. Warum weg, Horst? So, eine Sache für die Zeitlupe. Abseits angezeigt. Aus meiner Sicht enge Kiste. Es gibt einen Wechsel. So, weg ist der Ball. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. So, Schlusspfiff. Das war's in diesem Spiel. Der Sieg geht also am Ende an die Gastgeber. Es ist also ein Sieg geworden. Mit zwei Toren Vorsprung. Schon ziemlich deutlich. Ich glaube, da ist die Freude groß. Ein gutes Spiel von ihm heute. Kann man nicht anders sagen. Klar, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt heute. Das war's in diesem Spiel.